Ich bin Danina, ich bin aus Wälderwied in Kandidaturgau und ich freue mich auf Julia. Ich freue mich, dass sie mit ihr Turnen. Ich freue mich heute, dass ich mal sehe, was die Kunststörner und Kunststörnerinnen eigentlich alles machen und ich bin gespannt auch mal etwas selber zu machen. Ich freue mich, dass die Kunststörner in Kvatnähe ist. Beide ich auch die Kunststörner und ein Herz. Ich freue mich. Musik Musik